Heyo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Just Cause 3 Ja, eigentlich hatten wir ja beim letzten Mal die Basis angegriffen, aber das Spiel dachte sich, es schmiert einfach ab Deswegen ist die letzte Folge auch etwas abrupt geendet und der Ton hat ja auch irgendwie nicht richtig hingehauen Und ja, das ist der Grund, weswegen ich jetzt nochmal da hin muss Aber das ist schon okay, das kriegen wir auch hin Da! Was zum Henker passiert da gerade mit dem Jet? Moment Was zum Fick Ich würde den gerne starten, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist Lol Okay Das war wohl ein Geschenk von irgendwem Flieg Jet, flieg Gib Gas, lieber kleiner Jet Du fährst schnell Gib Gas Wie schlecht ist das ey Warum war der da auf einmal Naja, ich glaube der Jet ist das Beste, was uns gerade passieren konnte Wir müssen ihn eh gleich wieder wegwerfen, denn die Basis können wir damit nicht angreifen, die schießen uns ab Wobei ich ja ein bisschen schon geschafft habe Verschwinden Sie! Niemals Hier Zentrale, Panzer sind unterwegs Oh oh I'm out of the shit Wobei das ist schon weg, ne? Da! 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 Ha! 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 Ich mache euch alle tot Sterbt Du auch Was willst du denn? Das Maul So Da ist auf jeden Fall was, was ich noch kaputt machen kann Aua So, Schaltanlage Das ist auch weg Sehr schön Gerade am überlegen Was ist das? Achso Waffeln So, wir müssen mal gucken, wo jetzt Merck zum kaputt machen ist Oah Was zum Hacker war das gerade? Was passiert hier? Ich will mich ja jetzt nicht beschweren, ne? Irgendwie Ist das alles ein wenig seltsam Manchmal Fallen Jets vom Himmel Dann explodieren Sachen, die gar nicht explodieren sollten eigentlich So, jetzt müssen wir diese scheiß letzten Dinger noch suchen hier Ist ein bisschen doof Ich frage mich gerade, ob wir hier hoch gehen Joa Machen wir das so Gucken wir einfach mal auf den Turm rauf Ich meine, Schaden kann es ja nicht Ah Da geht es noch höher Oder? Ne Geht es gar nicht Also geht es schon Aber Wo ist denn der Heli? Ach da Den hole ich mir Denn der war nice Ist das jetzt kaputt oder? Hm, ich habe keine Ahnung Da unten ist noch was So, das sollte ihn über sein Äh Äh Welche Flagge schießt ihr? Lol So in ernst? Idiot ey So, wo haben wir noch Sachen? Da ist noch was Stopp So, okay Da ist auch noch was So, das ist auch hinüber Okay, jetzt müssen wir weiter gucken Uns fehlt jetzt noch Ein so ein scheiß Teil, ne? Das ist echt bitter Wo ist das? Da vorne, laut Karte Laut Map ist das hier vorne irgendwo Bin ich richtig? Ach nee Musste reden Boah, Alter Fuck it Fuck it Fuck it I don't want to go out of this Ah, aber ich muss Ach man So, okay Ähm, wir sind jetzt hier Das soll hier sein Ah, da ist es Jetzt aber Jetzt mache ich es kaputt Und dann sind wir endlich fertig Ich glaube es fast nicht Geh da an Los, geh hoch So Wir haben es geschafft! Oh mein Gott Finally Und wir haben jetzt dieses Fahrzeug freigeschaltet Boah, was ist das denn für ein Riesenteil So jetzt wo ein G-Set, ne? Aber Geil So, sehr schön Das heißt Wir können uns jetzt endlich aufmachen Zur nächsten Mission Finally Wegpunkt setzen Es ist nur 100 Kilometer weg Bitte kommen Warum? Warum? Was bringen wir das? Ich will solche Zur Garage bringen Ich will den Jet von eben Der war nice Ah, scheiße Helikopter Haben wir da so ein nettes Kampfteil Ja, guck mal Dann holen wir uns den Dann holen wir uns mal noch Ne Hydra Dann holen wir uns mal noch hier Revolver Mh Naja, wobei doch Holen wir uns Pistolen Und holen wir uns die da So Äh, anfordern F F F F Hä? Kann selbst er nicht aufhalten Nicht viele Länder geben so viel Geld für die Verbesserung ihrer Infrastruktur aus Ihr habt wirklich Ich würde gerne Werden geliefert Kann ich das nicht hier? Ich habe Glück, dass ihr hier leben dürft Achso, ich muss warten, wa? Ja, blaaa So, jetzt aber Hallo F Äh F Es geht nicht Ich darf nicht werfen Abwurf abbrechen Normal Scheiße Wir können auch nen Panzer rufen Aber wir brauchen Flugzeug Akrobat Nein, ich will nicht den Akrobat Ich will Einen Helikopter Einen geilen Helikopter will ich So Äh Kampfhelikopter Hydra Das Und Das So, Z anfordern Nochmal Was zum Henker? Uuuu Boing Lol Hahahaha Oh mein Gott ey Das ist doch viel zu groß Hallo, gib mir die Waffe Hallo I don't I need this I need this heart Los, gib her Mann Das ist doch kacke Komm nicht an meine Waffe ran Hahahaha Das Spiel trollt mich So Jetzt aber Und den auch noch So Und jetzt Los hier Mmmmh So, ab geht's Auf geht's, ab geht's Fünf Tage wach Sind ja nur Acht Kilometer Alter Schwede ey Ich hab ja das Gefühl Dass wir in der Folge Nicht mehr so richtig ankommen 250 240 Kommen wir schneller? Ne das ist langsamer Geradeaus fliegen ist langsamer Heißt wir fliegen so ein bisschen schräg 260 270 Ich frage, jetzt komme ich da auch voran? Ja doch Scheinbar 260 kmh Das ist schon eine Menge eigentlich, ne? Wenn man mal so überlegt Wenn man mit Auto 260 fährt Dann klappert das ganz schön Wenn Geil So Der Weltenzerstörer heißt das Interessant Auf geht's Los, los, los Es dauert so lange da anzukommen Das ist so traurig Im Visier der Obrigkeit Ach ich bin nur ein kleiner Normaler Helikopter Ich mach gar nichts Leute Ich bin lieb Mach die Brücke kaputt Wenn ich treffe Wow Ich glaube ich hab getroffen Ja doch Ich glaube ich hab getroffen Das kann man nicht kaputt machen Schade eigentlich Okay das Spiel laggt Und zwar hart hat es gerade gelaggt Aber das ist ja wieder mal typisch Für Just Cause Manchmal geht mir das ja Ein bisschen auf den Sack, ne? Dass das Spiel so sehr laggt Antennenturm Machen wir mal Machen wir mal ein bisschen Chaos da unten Tja Die hatten ja keine Chance ey Die Armen Eigentlich kann ich hier die Stadt Mal fix befreien gehen oder? Ah die sieht riesig aus Was das für eine riesige Stadt ey? Lol Toll Aber eigentlich können wir das mal fix machen Ich glaube das machen wir in der Folge Und das machen wir auch von hier oben Ich senke mich mal ein bisschen ab Ich weiß nicht ob das Propaganda ist Es fliegt auf jeden Fall in die Luft Ach guck mal was ist denn da hinten Das gibt doch jetzt Chaos da unten oder? Ah die kommen gar nicht an Ich bin zu weit weg Explodiert alles Boots Sehr schön So ich freu mich gerade Ob das da die Polizeibasis sein soll Wenn ja ist da gerade Chaos Dich wird niemand vermissen So Das ist auch hinüber Tja Leute Ach guck mal da Das ist ja eine entspannte Folge hier Ach guck mal da ist auch noch so ein Wasserturm So was haben wir denn hier noch? Das ist mal eine leichte Befreiung Obwohl das die gefühlt größte Stadt ist überhaupt hier Gehen wir mal ein bisschen runter Wir haben auch erst 16% sehe ich gerade Krass Äh was müssen wir denn hier noch machen? Ach guck mal Eine Statue am Strand Die wird auf jeden Fall gegrillt Die sieht so klein aus von hier So was es gibt mehrere Statuen Es gibt mehrere Statuen scheinbar Das ist okay die machen wir alle platt So Wo haben wir denn die nächste? Ach da oben Yes Da ist die nächste down Alles entspannt von hier oben Ach guck mal da ist auch so ein Projektor oder so Da gibt es auch mehrere Ach guck mal da ist auch so ein Wagen Vielleicht nicht mehr Oh er fährt noch Der hat bestimmt gerade Angst Er fährt immer noch Alter Alter Dann halt so So was muss man noch kaputt machen? Da ist auf jeden Fall so ein Schild Ja wir gehen hier mal durch die Stadt durch Wir werden schon was finden Was wir kaputt machen können Da ist wieder so ein Wagen Irgendwer fordert hier gerade Verstärkungen an Was zum Henker? Alle Einheiten hierher Ich wiederhole Alle Einheiten hierher So der ist hinüber Wir schicken Verstärkung zu eurer Position Äh ich muss runter Noch weiter runter So die Minivans sind alle weg Das ist doch schon mal gut So fahren wir mal weiter So was haben wir denn hier? Wir haben hier vorne scheinbar Ah ich sehe schon So das ist weg Dann haben wir da vorne noch eins scheinbar Das ist ganz geil wenn man so hoch oben ist Dann kannst du das immer ganz gut spotten Ach da ist der Gegner auch Sehe ich gerade Ein Captain war da Ein Captain So Hä haben wir das nicht gerade schon zerstört? Oder ist hier noch eine Antenne? Die ich nicht gesehen habe Was zum Henker? Ist die noch nicht down? Die war tatsächlich noch nicht weg So dann haben wir hinter uns irgendwas Genau unter mir So schnell es geht Ach ich sehe schon Kein Problem So Dann haben wir da hinten Ich hoffe das ist okay für euch Dass wir das hier mal angehen Aber letztendlich müssen wir es ja eh bestimmt Verstärkung ist unterwegs Vielleicht müssen wir es auch in der Mission machen Das wäre natürlich bitter Aber ist okay Irgendwer schießt auf mich Voll unfair So und dann ist da hinten noch irgendwo so ein Lautsprecher Ja Ach da ich sehe ihn schon An alle Einheiten Das ist doch auch mal entspannt oder? So einfach aus der Luft alles erledigen Ohne dass die sich groß werden können Ich glaube das haben wir schon Ja Äh da So Dann haben wir da vorne noch Signal Gebe in der Stadt Da wird es natürlich ein bisschen schwierig ranzukommen Oder? Guck grad mal Ob wir irgendwo eine sehen Eine Antenne Also hier soll angeblich so ein Schild stehen Ach guck mal da oben ist noch ein Gegner Okay Okay Entschuldigung Da war ein Gegner Und hinter mir wurde schon wieder Verstärkung gerufen Explodiere So Äh Trotzdem soll hier noch Ich drehe mich mal Da ist eine Antenne Die ist weg So Dann haben wir hier unten ein Schild Und Dafür muss ich wieder runter So Das haben wir auch Lassen wir mal die Tanke hochgehen Einfach weil wir es können Weil es so schön aussieht Und Nice Das sieht schon cool aus Immer noch Das muss man ja sagen So So Schilder Ist das eins? Ne Hä wo ist denn da das Schild? Da ist es So das haben wir auch Dann hinter uns ein Schild Oh mein ich bin nur am drehen Lalalala So Da vorne Dafür muss ich ein Stück runter So Dann haben wir da hinten ganz viel Dann müssen wir da mal hin Eins Zwei Zwei Drei Vier Ein Malek natürlich Sichtkontakt verloren Alle Mann ausschwärmen Oh na komm Dann machen wir das so 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 Die haben wir So Auf der Seite haben wir Gefühlt gerade alles Aber ich fliege da trotzdem nochmal drüber Sicherheitshalber einfach Es kann natürlich sein dass hier noch Sachen stehen die wir noch nicht gesehen haben Zum Beispiel da Ja Okay Feinkontakt Siehst du da vorne haben wir nämlich auch noch was Aber ich fliege jetzt hier erstmal rüber Äh die Polizeistation ist wieder aufgebaut was geht da mit der ab Los finde den Rebellen Er darf nicht entkommen So Äh Okay Das haben wir auch Das ist natürlich die Polizeistation müssen wir auch noch öffnen Sie hat das Gebiet verlassen Rebellen rufen Ah da sind vier Tore Okay warte mal Wir machen das mal anders als sonst Und zwar Die Folge wird wahrscheinlich einen Augenblick länger gehen Einfach weil ich das jetzt testen will Ich will da drauf landen hallo Na gut dann landen wir auf dem Parkplatz Ist auch okay Okay So viel zu landen Das war wohl nichts Glaube ich Ach scheiße Naja gut Aber das ist ja dann doch ein guter Cut tatsächlich Äh ist natürlich ein bisschen schade dass das jetzt so zu Ende gehen muss Aber Andererseits passt es natürlich von der Zeit her ganz gut Dann machen wir beim nächsten Mal einfach noch die restlichen Sachen fertig die hier unten sind Wir sind ja wirklich fast durch Das ist jetzt die Polizeistation noch Und ein paar Schildchen glaube ich Und die Monitore Ich würde ja fast vermuten dass da oben zum Beispiel auch ein Monitor drauf ist Da müsste ich dann wahrscheinlich starten Aber das werden wir dann sehen Ähm ich hoffe die Folge hat euch gefallen Wenn ja dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Haut rein Leute, ciao Ciao